Wunderschöner, gutaussehender Bruder. Korrekt. Follow kostet nichts, Atreides. Wunderschöner, gutaussehender Bruder. Berlin, Frankfurt, Bangkok, Hong Kong. Dubai, Moskau, Mama schaut nie wieder zu, wie mich koppst an. Angie Koppi, Peking, London. Bra, Musik in Topform, uns braucht keiner sponsern. Im Messer mit zwei, drei Ladies. Bitte, Baby, keine Handys. Ich noch zwei, drei Galees, vier, fünf Nasen, ein, zwei Sennys. Denk nicht, dass ich hate, bleibt derselbe. Kennt die Gelte, ich mach ein Feuer und gib die Hälfte. Oft war schon Voddy, durch die Lobby. Mach Insta-Story gegenüber Krippos im Kombi. Auch wenn du hatest, ich wünsch kein was Schlechtes. Echt erkennt was Echtes. Echt erkennt was Echtes. Ja, wo ja? Ha! Ja? Ihr könnt gerne abstimmen, Drayles. Dafür gibt es die Abstimmung. Weißt du, dass wir uns auch... Guck mal, jeder Mensch hat eine andere Meinung, was Musik angeht. Also guck mal, bei diesen Leuten, die wissen alles. Also die sind Profis. Sonst hätten sie ihren Erfolg nicht. Aber man macht mal einen besseren Song und man macht mal einen schlechteren Song. Der Song... ... ... ... ... ... ... Das ist auch eher so ein Sommerabends. Dann, beim Vorbeifahren, beim Vorbeifahren, beim Vorbeifahren. Wir ziehen Kokain mit Weibern, Mode von Designern. Bitte reiß die Zeit an. Vielleicht schießt einer von den Neidern, beim Vorbeifahren, beim Vorbeifahren. New York, Las Vegas, Berlin, Marbella. Mach jeden Tag Paper, wie's glaube ich, ich bin ein Straftäter. Ey! Ich stehe alleine. Ich fall alleine. Ich konnte mir gar nichts leisten. Heute siehst du mich im Privatjet steigen. Ah! Wollen wollten mich in Urhaft halten. Bin ich Lün, nur weil ich meinen größten Feind mal Pruder nannte. Ah! Das Leben ist wie durch die Welt zu reisen. Doch am Schluss wirst du gefickt wie bei Temptation Island. Wagyu mit Chili. Money over Tedis. Ich hau mir Kröten auf den Kopf als Mario und Luigi. Die Zahl, die mein Konto mir zeigt, sie muss immer größer als die meiner Follower sein. Also im Großen und Ganzen ist das nicht so mein Song. Also ich denke, es ist auch nicht der Stärkste von den beiden. Vielleicht ist es auf jeden Fall was anderes von den beiden so. Aber es ist nicht der Stärkste von den beiden so. Ja. Ich glaube, den kannst du dir auch nur reinziehen, Digga. Wenn du irgendwie von einer Party besoffen nach Hause fährst, ist abends so dunkel. Denkst du einfach, scheiß drauf, ich muss morgen arbeiten. Weil er mein Chef fickt meinen Kopf. Der kleine Ehrenlose. So. Du bist gleich. Ich guck Stärkste von den beiden. Boah, ey, wo ist... Okay, wo ist... Wo guckst du hin, mein Bruder? Oh! Ja, es ist halt ein Vibe-Song Okay, wir machen den nächsten Ich will Kolja hören Hier ist das Video